Mal schauen, dass es jetzt so geht. Mal schauen, dass es jetzt so geht. Der Typ läuft einfach aufs Thumper zu und murkst sie ab. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man es geht. Wie gesagt, ich würde gerne zum 19 anfangen. Ich spiele die Map jetzt einmal zu Ende, die ich jetzt hier habe, dann schaue ich ihn an. Wenn er dann keine genaue Zeit sagt, dann gehe ich auch. Okay. 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 So, jotain. Vielen Dank. Vielen Dank.